Grunge ist auf dem Boden für den geraden Bauchmuskel. Häufigste Fehler, viel zu schnelle und hektische Bewegungsausführung. Mit den Händen am Kopf gezogen, mit Schwung gearbeitet, somit kein Zielmuskelfokus Richtung gerader Bauchmuskel. Korrekte Ausführung, schön langsam anheben, nach oben ausatmen, gleichmäßige Bewegungsausführung ohne Schwung und somit natürlich auch Zielmuskel fokussiert.